Herr Dr. Kruse, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, das Erste mag vielleicht ein bisschen frustrig sein, wenn man das da zurückspiegelt, aber ich glaube, es geht um eine grundsätzliche Änderung der Haltung gegenüber Macht. Man muss sich einfach mal klar machen, wie man mit Systemen umgeht. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben es hier mit einem nicht-linearen System zu tun. Wenn Sie mit einem Modell Kybernetik erster Ordnung arbeiten, also wenn Sie sagen, ich habe eine Zielvorstellung und ich habe eine Strategie und ich will sozusagen mein Ist zum Soll bringen, dann haben Sie eine Vorstellung von Macht, die in unserer Wirkungskontexten arbeitet. Und die große Frage an die Politik ist, kann man sich tatsächlich jenseits der institutionellen Zwänge auf die Grunddynamik einer Gesellschaft einlassen, die mit einem anderen Modell arbeitet? Also die Grundsatzfrage ist, passiert uns das nochmal, dass man in dem Moment, wo eine Kommunikation vertraulich gemeint ist und dann öffentlich gemacht wird, regt man sich dann auf, weil man sagt, das ist ein Fehler oder sagt man, nein, das ist ein Beitrag zur Transparenz. Die Grundsatzfrage ist, wie gehen wir mit diesen Machtmitteln in Zukunft um? Und ich glaube, dass wir da eine grundsätzliche Änderung in den Einstellungen, in den Haltungen zur Macht brauchen. Das heißt, dass wir uns klar machen müssen, dass wir in Zukunft nicht mehr unsere Art von Kompetenz daraus ziehen können, dass wir ein unmittelbares Erreichen von Zielen vor uns haben, sondern es ist eine Interaktion mit eigendynamischen Systemen. Und das ist eine ganz, ganz andere Art des Umgangs. Also ich glaube, wir brauchen eine Haltungsänderung. Das gilt unter anderem eben auch für den Umgang mit Wirtschaftssystemen, denn da geht es um Risikoübernahme. Sie haben eben im Prinzip, als wir die Antworten gehört haben, im Hintergrund eigentlich ständig das Thema Kultur schwingen hören. Das ist eine Frage der Werte, die wir miteinander verwirklichen. Und diese Grundsatzfrage hätte ich dann schon an die Politik. Sind wir reif für die Eigendynamik dieser Systeme, ja oder nein? Das heißt, ich glaube, es geht ein Stückchen darum, die klassischen Prinzipien zu verlassen. Man muss es auch zulassen können, dass man mit Eigendynamiken arbeitet und dass man Menschen involviert, ohne sicher zu sein, was das Ergebnis ist. Wenn wir uns darauf nicht einlassen, wird das sehr, sehr schwer mit diesen Modellen. Ich glaube aber, dass die, und da kommen wir gleich zum zweiten Teil der Frage, ich glaube, dass die Systeme heute die Netzwerke aber noch eine Möglichkeit bieten, damit gescheit umzugehen. Ich glaube nämlich, dass wir in den Netzwerken inzwischen Gesellschaft abbilden und dass wir sozusagen die Dynamik von Gesellschaft in den Netzwerken erleben können. Wenn sich die klassischen Medien intensiv mit den Netzwerken auseinandersetzen, dann werden sie in der Lage sein, Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und wieder zusammenzufassen und in der Reflexion zur Verfügung zu stellen. Ich glaube einfach, dass die Netze nicht in sich schon in der Lage sind, intelligente Lösungen zu erzeugen. Aber ich glaube, dass sie ein hervorragendes Abbild sind für die Grunddynamik der Gesellschaft. Man muss sich einfach klar machen, in welchem Umfang wir inzwischen altersübergreifend die Menschen dort aktiv haben und in welcher Größenordnung die Menschen dort aktiv sind. Das heißt, wir haben hier eine Art Modellsystem dafür, wie Gesellschaft funktioniert. Und wenn man sich diesem System adäquat zuwendet, dann bekommt man, glaube ich, mit, wo sich in Zukunft Resonanzmuster darstellen und wo sich Dinge aufschaukeln können. Das heißt, die große Bitte ist, seien Sie möglich dicht dran an diesen Systemen. Dann bekommen Sie auf der Werteebene Änderungen mit, die erst danach auf der Verhaltensebene sichtbar werden. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die jeder von uns hat, möglichst nah dran zu sein an diesen Systemen. Ich glaube einfach, dass eine Basiskompetenz, die wir in Zukunft brauchen, ob das jetzt wirtschaftlich oder eben auch politisch ist, ist Empathie. Ein möglichst hohes Einfühlungsvermögen in die Dynamik dieser Systeme erlaubt mir ein rechtzeitiges Reagieren. Wenn Sie über Zukunftsprognosen nachdenken, bitte glauben Sie nicht, dass Sie bei einem nicht-linearen System heute noch in der Lage sind, langfristig Zukunftsprognosen zu machen. Das geht nicht. Aber wenn wir sozusagen nah dran sind an den Wertesystemen und den Entwicklungen der Wertesystemen der Menschen heute, dann sind wir nah dran an den Menschen, die die Zukunft bestimmen. Das heißt, die einzige Form der Prognose ist die Empathie in die Wertemuster heute. Und ich glaube, da kommt den klassischen Medien eine gewaltige Aufgabe zu. Denn diese Form der, wenn Sie so wollen, qualitativen Bewertung, kriegen Sie nicht über das Internet geliefert. Das Internet ist hochdynamisch, das Internet ist mit Sicherheit sehr mobilisierend und hochgradig vernetzt. Aber der Bewertungsteil ist im Internet einfach noch nicht adäquat ausgebildet. Das heißt, wir sind weiterhin an redaktionelle Arbeit gebunden. Nur sollte sich die redaktionelle Arbeit eben sehr stark der Grunddynamik der Netze zuwenden, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Ich würde an dem Punkt auch gerne einen Vorschlag machen dafür, wo ich glaube, dass wir Forschung investieren sollten. Wir haben im Netz die Möglichkeit, aus den dort bestehenden Daten Informationen zu bekommen über die sich entwickelnden Dinge wie nirgendwo anders. Ich glaube, es sollte sozusagen eine extreme Forschungsaufgabe sein, diese Form von Data Mining optimal zu machen. Nur wenn wir das dann können und vielleicht sogar mit einer Idee der semantischen Form der Analyse, dann haben wir natürlich ein verschärftes Datenschutzproblem. Weil das ist wirklich eine Form von Macht, die über die Netze entsteht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn Sie zum Beispiel nur bei so einer simplen Sache wie Google Insight regelmäßig reingehen, bekommen Sie eine Ahnung davon, wohin sich Themen entwickeln. Das heißt, dieses Netz ist eine unglaubliche Quelle an Information, wenn man sich diesem Netz offen und mit einer gewissen Neugier zuwendet. Letztlich bleibt die Aufgabe dann aber, daraus eine sinnvolle Form von Musterbildung zu machen. Und diese Aufgabe leistet das Netz alleine eben heutzutage noch nicht. Das heißt, in dem Sinne sind die klassischen Medien hochgradig gefordert. Es geht nur darum, dass sie sich dieses Mittels bedienen, so wie sich die Menschen im Allgemeinen schon anfangen, dieses Mittels zu bedienen. Weil ich glaube, dass wir zurzeit eine Situation haben, wo die Menschen über die Netze ein höheres Selbstbewusstsein über gesellschaftliche Prozesse bekommen. Das heißt, ich kann relativ sicher vorhersagen, dass wir eine Repolitisierung der Gesellschaft bekommen, aber nicht bezogen auf die klassische institutionelle Politik, sondern bezogen auf die Selbstwahrnehmung einer Gesellschaft und auf die Bereitschaft, sich dann mehr einzubringen. Und wenn die Politik keine Antwort gibt auf diese Form der Involvierung, dann bekommen wir ein Riesenproblem. Wenn da permanent ein Netz ist, was wirkt wie das Versprechen auf Beteiligung, und wenn ich dann nicht beteilige, dann erzeuge ich Frust. Und zwar nicht Frust bezogen auf Politik, sondern Frust bezogen auf Politiker. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, Ihre Aufgabe ist es, die Bereitschaft der Menschen, sich demokratisch zu engagieren, wieder neu zu nutzen, die also auf andere Art einzuladen. Und da kommen wir dann wieder zu einer Forschungsfragestellung. Die erste war, wie kann ich die vorhandenen Daten gescheit zu Musterbildungen analysieren? Und die zweite ist, welche Mittel und Wege der Involvierung von Menschen über das Netz kann ich denn haben? Wie kann ich die kollektive Intelligenz dieser Netze nutzen? Und wenn Sie dann sagen, geben Sie mir doch bitte die Antwort darauf, dann sage ich, die kann man noch nicht richtig geben, weil das ist Future Research. Da müssen wir uns das als Aufgabe nehmen, dort Weiterentwicklung zu betreiben. Die Netze sind noch in einem sehr, sehr frühen Stadion. Sie können sozusagen auf der einen Seite mobilisieren, gar keine Frage. Sie machen Vernetzungsdichte, gar keine Frage. Aber uns fehlen einfach immer noch die Bewertungsmechanismen im Netz. Über reine Statistik sollten wir das nicht tun, weil Statistik funktioniert nur dann, wenn derjenige, der die statistische Bewertung vornimmt, im Mittel intelligenter ist als Zufall. Und das können wir tatsächlich nicht unbedingt sozusagen sicher machen, dass das so ist. Also müssen wir uns Gedanken machen darüber, wie wir die Intelligenz der Netze maximal nutzen und wie wir das Ganze bauen. Also wir haben auf der einen Seite die Wahrnehmungsfunktion der Netze und die können alle benutzen, die in der Gesellschaft sind. Und wir haben auf der anderen Seite die Chance und vielleicht die Aufgabe, über Involvierung die kollektive Intelligenz der Netze nutzbar zu machen. Dankeschön. Herr Prof. Dr. Kruse, herzlichen Dank.